Ich hab keine Ahnung. Betrug. Aber immerhin hab ich noch überlebt, ey. Also mir wurde auf jeden Fall angezeigt, dass ich mich gekillt habe. Ja. Möchtet jemand dieses Mal Ansagen machen? Ja. Niemand. Nom 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 nom. Alles klar. Hallo und herzlich willkommen mein TTT. Wir haben Noctura dabei. Wir haben Heizet dabei. Wir haben Diracso LP dabei. Wir haben TTTMTobi dabei. Wir haben Ruku dabei. Und eine hyperaktive Nuka. Tschuldigung. Ist das nicht geil? Wir haben unseren eigenen Tobi und wir haben unsere eigene Ruku. Das ist so gut zu sein. Ruku. Wie er sehr schön ohne Camp aufweist. Es ist gerade ziemlich warm für die Camp. Ach shit, ey. Das bild wir uns schon wieder nicht, ey. So ne Kacke. Das heißt... Hattet ihr die Runde davor jetzt eigentlich auch schon aufgenommen? Ne. Na gut, ich schon, aber... Weißt du, da hab ich mal ne gute Trader-Runde. Und ja, die hab ich auch genommen. Ah. Die letzte jetzt mal. Also ich nicht, aber... Ja. Gut. Wenigens einer. Ja. Ey Zwei. Tobi, ich ja auch. Tobi, ich ja auch. Ja, ich möchte Euch alle lieben. Alle Zuschauer, ich habe Euch alle lieb. Ich liebe Euch. Tobi, ich ja. Ja, das ist dein Nuka. Mach doch nen Kick mit denen. Wir müssen ein bisschen rumschleimen hier. Nuka ist nur Abolenden. Handherrn. Die mag Euch gar nicht. Die will nur ein Grabus. Äh, ich sagte rumschleimen. Nicht, dass ich sie alle ablecken muss. Pussi, Pussi. Mein kann sich auch machen, aber... Alles klar, ich bin dabei. Mein Nuka hat natürlich einen Vorteil, ne? Sie ist eine Frau. Sie hat noch die... Warum? Du hast noch deine oberen Argumente, ja? Die du einfach so in die Kamera reinhalten kannst. Gesundheit. Was für eine oberbeißig, für ein Flachland. Deine Argumente. Leider stand da. Was? Das ist doch Schock. Oh, 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 oh. Kackfaffel. Komm, wir bleiben zusammen. Äh, okay. Ich tue den. Moment. Das tun wir auch nix. Ich tue dir nix. Alter, die lautert immer so bum 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 bum. Ich bin 10.000 Tonnen schwer und lauf auf Holz. Bum 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 bum. Tobi, bist du da? Meinst, das sind deine Schritte? Ja. Wart? Wart denn so? Ja, warte. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Warten. Der Frau muss halt auf einen Haufen. Wer rupt denn hier? Mann. Wer rupt denn? Was? Die Frau? Aua, 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 aua. Warum ist denn Cassie eigentlich nicht mehr dabei? Ach, ich geh da hoch rum. Ach, nicht. Achso. Das tun wir auch. Das tun wir auch. Das tun wir auch. Das tun wir auch. Von wegen. Die kleine Arsch. Oh, das war schlecht. Ich hab's nicht mehr dabei. Ich hab's nicht mehr dabei. Die Tür geht auf. Ich hab's nicht mehr dabei. Die Tür geht auf. La 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 la. Die Autos, äh, dass die Tür und von alleine aufgehen, machen sie bei mir nicht. Komm, ich verpiss mich hier. Ich mach Tür zu. Das ist, weil du ein seelenloses Wesen bist. Also hier gibt's ganz schön wenige Waffen, ne? Nein, nein. Wenn ich nicht mehr raus wäre, würde ich nur mein Spiegel nicht sehen. Aber Gott sei Dank sind hier kein Spiegel da. Okay, achso, da liegt der Asad. Ey. Der Rapper. Kommt ihr da durch? Äh, ja. Scheiße, ich komm hier nicht mal rein. Also ich muss mich gucken. Miraxo. Boah, Tobi. Achso, das ist diese Map. Ja, ich erinnere mich. Nukas, biblische Reflexe. Oh ja, genau. Ja, stimmt. Was für Reflexe? Deine epische Reflexe. Ja, du hast mir Miraxo ja einmal weggefickt hier. Weggelassen. Aus Schreck. Entschuldigung. Sie hat mich vorgemacht. Luka! Ah! Sehr gut. Was ist das für ein Geräusch hier? Ich hab das so gehört. Ich nicht. Was? Ja, Zeiko, geh mal vor. Ah! Mann, was war das? Ist das denn? Hilferisch. Hallo? Was los, Lukas? Hast du ihn fahren lassen? Sehr witzig. Mau. Oh, hier sah das Licht aus. Hi. Hi. Delphin. Rukus bei mir? Luka zu. Ich bin auch da. Riesert Licht an. Riesert Licht aus. Riesert Licht an. Riesert Licht an. Hüffe Nebel! Der kleine Aschatz. Ja, ich hab ihn getötet. моons Schöne von hinten. Wenn die genau, hinhören könnt ihr mich wein hören. Ah, du du da. Oh, das Guch. Weg. Geh weg. Also wir haben noch einen bösen und Jayko ist save in, oder? Ja. Okay, dann bleib ich bei ihm. Dann kannst du dich bleiben. Ja nee. Ehe. Ich will dich besser ab! Warum ist die Tür zu? Ja bin ich. Wurde an der anderen Seite entriegeln. Roco hat es zugemacht. Tobi ist da ja? Ja, ja, ich will auch bei dir bleiben. Bitte! Ich tu dir nix, ich schwör. Nein, ich schwör! Ich schwör! Ich schwör! Du kommst so rein, du kommst so rein. Ich schwör, rebe, Aldi und Netto. Wer ist denn das hier? 10 Fotobis bei mir, also bin ich gleich tot, bin ich gescheit. Bist du aber nicht, wirst du nicht sein. Naja. Hinter dir ist noch jemand. Oh! Oh! Sorry! Entschuldigung! Wird angeschossen! Sorry Roku! Alter, du kommst doch von mir hergeschrocken! Wer hat mich jeder erschrocken? ALTER! Luca? Ich hab mich voll erschrocken! Warum machst du denn, Alter? Ich wurde gerade von dir fast abgeknallt! Ich muss trauern, Luca. Ja, kannst du auch nicht tun. Du hast mich voll erschrocken, Roku! Alter! 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 Wieso nicht hier mein Blut? Luca ist es. Hallo! Ist schwer dein Tag, oder? Achso, ja, du bist ja, du bist ja. Genau. Ja, aber bist du das? Das ist eben die Frage. Ich bin's, ich bin's, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich bin nicht, ich bin's, ja. Na komm, ich hätte dich schon längst abknallen können. Ja, ja, ja. Warte es noch. Ich hätt's getan. Äh, stimmt auch wieder. Schmirakse ist sowas von Traitor. Nee! 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 Schieß mich, dann wirst du sehen, ich bin's nicht. Alles klar. Überzeugend. Also, ich bin 100% auf Nuka. Du bist auf ihr? Äh, warte, du bist auf ihr? Bin ich deine neue Droge, ja. Ich bin voll auf ihr, ist klar. Ich will auch, Manu. Ist das, ist das die neueste Form von Crispy Matt, ja. Ja, und ist nur leider sehr tödlich, weil, ähm... So, jetzt geht's los. Er schieß ihn, er schieß ihn, er schieß ihn, er will singen. Ein Automobidee. Do you really want to love me? Ach du scheiße, jetzt... Do you really want to hurt me? Ja. Do you really want to make me cry? Ach du scheiße. Oh Gott. Mein Ohrenbluten. Du bekommst jetzt ohne Ende De-Abos, Luca, ich sag's. Was? Ganz viele Leute werden dich de-abonnieren nach dieser Gesangshänder. Wir werden auch fragen, warum mein Kanal tot ist. Was läuft? Ah, da hat jemand geschossen, da hat jemand geschossen, da schießt jemand, da schießt jemand. Wer war das? Niemand. Boah. Und wer war's? Luca. Luca. Sag ich doch. Oh, das ist flacker, flacker. Luca, ja, hey. Das hat ne kleine... Ja, beide erschossen. Oh, scheiße. Ein Hatschop im Schaf flitzen und er töltet nicht. Wen hab ich denn da erwischt? Luke Psycho Dead? Oh, welche Enttäuschung. Mich hast du auch erwischt. Oh, guck! Ich lass das! So lange zu leben, weißt du? Ich mach doch gar nichts. Luca, das war jetzt sehr verdächtig, dass du nackst. Das ist nicht meine Leiche, ne? Doch, das ist deine Leiche. Ich seh's doch, Luca. Nein. Das ist Firaxo. Das ist Firaxo, den du gerade behamst. Luca, ich hatte dich eigentlich nur um zwei dacht, weil um dich herum so viel Blut war. Ich hab die aber niemand... ich hab niemanden getötet. Warum hattest du auf meiner Leiche rum? Ja, aber ganz schön. Das war der Leiche wirklich. Ich meine, der Raum war voller Spieler und du schießt einfach. Ich hatte leichtes Spiel, dich kalt zu machen. Ich konnte ja nichts machen, weil die Zeit abgelaufen ist. Ja, okay. Und ich hatte kleine Waffenbugs, die hat nämlich immer daneben geschossen. Oh nein. 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 Nein, und jetzt heißt es, da musst du besser zielen. Nein. Ah, dieser No-Ape? Ja, ja. Abgesehen davon habe ich die falsche Waffe gekauft. Ja. Was ist denn gekauft? Schuhe. 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 vielleicht eventuell durch mich getötet, weil einer geschossen hatte. Tobi warum bist du hart? Weil irgendjemand eine Brandmanade auf mich geworfen hat und wo bist du? Achso, genau, alles gut, alles gut, alles gut. Wo bist du? Bist du ein Spanner? Nein, ich bin ein Zeiko. Spanner. Ist klar. Zeig und ich sind jetzt ein Team. Okay, verstehe. Ich lasse dich am Leben, wenn du mich mit Schweizer Franken entlohnst. Aber ne Menge. Ich bin nicht, ich, 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 ich denke, wenn ich ausbrechen, dann bist du so. Nein, ich bin immer nicht. Nein, nein, Spaß. Du musst in Ordnung, weiß, dass ich zwei Leitung gebracht habe. Nein, das ist sowieso. Ich weiß es nicht. Merk-Jobel-Low-Gerken-Gerken-Gerken. Na, ja, so langsam war es. Ich verstehe dich. Hier, bitte. Aha. Okay, Viraxu ist tot und Muka. Aha. Ja, hier habe ich beide umgebracht. Okay. Äh, ernsthaft? Warum? Weil einer geschossen hatte auf den anderen. Achso. Was glaubst du, dann tötest du beide oder was? Ja, ich wusste nicht, wer einer geschossen hat. Ja, ich wusste nicht, wer einer geschossen hat. Wie verdächtig. Sag mal. Das wird für die Zuschauer ganz schön entfirmend sein. Aber Asad ist Sowjet und Sowjet ist Asad. Nur so als Info. Was geht los? Nichts. Okay. Also Asad war gerade bei mir in der Nähe von den Leichen. Ist er irgendwo? Ey, Tobi! Du bist? Ich bin es? Och Mann, Alter! Woher wusstest du das geworden? Oh, ich wollte mich zum Pegawater. Wer war's denn jetzt? Wer war's denn jetzt? Nur Dura und ich. Ah, okay. Tobi, wie ist das? Ich hab auf den... Ich hab auf denjenigen geschossen, der hat mich erst geschossen. Ruhe jetzt! Ja, woher soll ich das vermissen? Ah, okay. Ich hab... Luca, hast du geschossen da unten? Der... Hier... Dings hat mich erschossen. Ja, ich weiß. Der kleine Assert. Und der hat mich auch erforschen. Ach, was hat ich... Ja, aber ich war Inno-Selt. Also ich hab nicht geschossen. Tobi, kannst du mir jetzt noch mal sagen, warum du mich erschossen hast? Weil... Wokulich verdächtigt hat und ich das sehr überzeugend fand. Aha. Du hast mich einfach nur verdächtigt. Weil er hat mich ja nicht getroffen gehabt, sonst hätte ich ja selber geschossen. Können sie sehen. Aber ich wollte halt nicht in der Hand weitergehen. Ja, und mein Tod ist auch ein Verdacht. Warum schießt er auch nicht? Weil ich nicht. Also... Ja, gerade jetzt. Ja, gerade jetzt. Ja, gerade jetzt. Ja, ich hab ja einen Tod. Ich war Inno-Seltmann und richtig schau. Alter, die Nixe. Wenn ich ne Leiche seh, ist Tobi tot. Hey. Ich hab ne Leiche seh, ist Tobi tot. Ist das dann Tobi oder ist das dann ne andere Leiche? Wieso krieg ich keine richtige Waffe, Mann? Was hab ich denn hier? Was? Oh, Blähungen, da geh ich noch nicht hin. Und das so, wo wir ein Waffen-Mod-Pack eingefügt haben. Also irgendwas stimmt doch nicht. Haben wir? Ja, muss ich nochmal... Ja, ich hab einen... Wahrscheinlich war es eine Waffen-Erkernung. Wahrscheinlich hat's... Wahrscheinlich hat's dafür gesorgt, dass er die ganzen Waffen weg sind. Guck mal. Guck mal. Er ist eine richtige Waffe. Guck mal. Hau. Mach die Tür up! Ich bin... Er ist tot. Na ey, ney. Was war da denn Roku? Wer war's? ich habe gerade meine meine Waffe gewechselt Na gut dann bleibe ich jetzt in deiner Nähe und wir hatten hier ein abgehauen Ach die geht von innen auf Hallo und der kleine Assa der läuft mir hinterher Du hast die Tasche noch an Du hast die Tasche noch an Was? Sehr schön Gilt einer ist auf dem Deck die Tür aus doch bum 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 So das war für letzte Runde Ok Das war für letzte Runde Kann das sein dass du es dann wieder Bis wir so komme ich nie durch die Tür durch Überlegt noch gehen wenn sie auf ist Mann Ähm hier Dingens noch Zura noch Brett hat dann im Wort Ja aber ich habe gesagt warum Ja trotzdem weiß ich nicht ob wir jetzt auch wieder Trader wissen Hallo Erschieß mich doch Oh oh Ok wo bist du Lebt eigentlich Ruku noch? Oh meine Wester Ich höre einen Thriller Du hörst den Thriller? Ja ich höre einen Thriller unten Ja ich höre einen Thriller unten Der lebt denn überhaupt noch keiner Na haha Na haha Zeiglo Wo seid ihr? Wo seid ihr? Na gut Wie ist das? Na gut Ja ich bin ganz schön wo seid ihr? Ja Wer ist das? Noch so weit ist es. Bin ich's, ja? Scheiße. Oh, Asad! Mach doch so ne Scheiße nicht! Dankeschön. Gehört das Ding nicht zum Explodieren dringend? Sag mal. Ach, Schnauze voll. Tobi ist ein Pro-Killer. Hat mich mit der Disco vorm Schiff gebombt. So, das war's also, ihr. Der Unauffälligste von allen. Zuzweiko! Ja, was? Ich hab's mir leid gemacht, mir hat's mir leid getan, mich zu besuchen. Nein, alles war so. Ich hätt' ja auch abdrücken können. Es tut mir so leid für dich. Bei Nuka! Ganz ehrlich, ich hab's noch gar nicht... Ich hab's selber gar nicht mehr mitgekriegt. Ah, okay. Arturo, warum hast du das getan? Wer hat das jetzt gesagt? Das war Tobi. Tobi. Du weißt warum? Nein, weiß ich nicht. Nein, weiß ich nicht! Wegen Verdachts-Skill hier. Nein, hab ich nicht. Hättest du nicht auf Ruhe geschossen, hätt' ich dich auch nicht erschossen. Psycho, ja, ich verfolge dich, weil hier nur ein schmaler Gang ist. Also hinter mir... Warum mach ich überhaupt keinen Schaden mehr mit den Schüssen? Also das geht doch überhaupt nicht mehr gut. Oh Tobi, schon wieder! Das sind Trusch. Was? Das ist ne... Aua! Aua! Ich kann doch einfach hier stehen bleiben. Oh, wir sind auch schon Amerikan... Was war das? Ich dachte schon, Nuka, bist du jetzt tot? Alter, was ist das für ne Tür? Die Tränen sind schon geflossen. Es ist Tür. Tür, Tür! Das ist auch wieder so n Ding. Tobi ist bei mir? Ja. Wir sind alle hier. Der kleine Asad ist. Der kleine Asad. Wie sich das anhört, ey. Wie so ne Automarke, irgendwie. Der kleine Asad. Opel Asad. Opel Asad. Das ist der Nachfolger von Opel Nissan. Achso. Oh, da müsste niemand alleine sein. Gesundheit. Wow. Tobi ist wieder bei mir? Ja, ich geh hier rein. Bei Tobi. Bei Tobi. Ja, ich bin schon die ganze Zeit bei dir. Also die waren gerade hinter dir, dann wusste... Werden gerade so... Werden gerade so... Alles cool. ...abgrupp... ...gesagt. Oh. Du hörst überhaupt? Ja. Hab ich mich schon wieder weg. Batsch, schon wieder weg. Alle klar. Hey, Veraxo. Ich mach keine Glück. Das werden jetzt super 5 Folgen oder so, wo ich nur abgeknallt werde. Ja. Ja. Ich geh dauernd. Tür. Tür. Garten. Was war das? Kann man die Musik auch noch ändern? Du kannst das Klavier noch dazu einschalten. Ja. Warte mal. Oh, wer ist das? Und? Oko. Oh, wer hat geschossen? Ich nicht. Oh, jemand schiebt früher Schotze. Ja, ich schieße auf die Scheißdinger. Oh. Achso. Oh, guck. Ich steck mich nicht so. Aber sie... Sie gehen trotzdem nicht aus. Ich komm mal noch mal nach oben zur Kommandobrücke. So. Ich hör hier die kleine Husebahnen irgendwo. Die Kuschelbahnen? Oh Gott. Aha. Aha. Ähm. Wie, Veraxo? Nein, ich war es nicht. Ich bin da. Innozentig. Wer ist denn dann hier... Wer ist denn dann gerade an dir vorbeigegangen? Was? Wer ist gerade an dir vorbeigegangen? Was? Was weiß ich? Keine Ahnung. Oder hinter mir rausgegangen? Da ist doch gerade einer rausgegangen, mal. Wenn du es nicht wahrnimmst. Ich bring dich um. Kann ich auf jeden achten? Aha. Der schießt da. Warum? Wer blutet hier? Na, wusste ich doch. So viele Leichen auf ein Haufen. Ah, okay. So, einer fehlt noch. Ein Drater fehlt noch. Ein Drater fehlt noch. Ein Drater fehlt noch. Wie hakt es bei mir? Ein Drater fehlt noch. Ein Drater fehlt noch. Ein Drater fehlt noch. Ich bin wirklich inno. Was machst du hier? Ich wollte eigentlich da hinten runter. Eins, zwei, drei... Sag mal, wie viele Leute sind wir eigentlich? Insgesamt? Ein, zwei, drei, vier... Echt? Ja. Ja. Meine, weil hier im Raum sind vier Leichen. Ich lebe noch. Miraksu lebt noch. Psyko lebt noch. Uko lebt noch. Uko lebt noch. Uko lebt noch. Ne, Uko ist es. Ne, Uko kann ja gar nicht leben. Doch, Uko lebt noch. Und warum meldet er sich nicht? Weiß ich nicht. Ach, oh, warte mal. Er ist noch nicht konfirmt. Er ist noch nicht konfirmt. Er ist noch nicht konfirmt. Ja, dann macht mal Uko, macht mal Uko. Ich trau den Haufen da nicht so wirklich. Ich suche welchen Haufen bin ich. Welchen Haufen bin ich? Welchen Haufen bin ich? Hier liegt ein Haufen Leichen auf. Einen Haufen und den, äh... Ach du Kacke. Ja, die überprüfe ich nicht. Sowjet oder so habe ich hier hinten erschossen. Okay. Ja, hab ich doch gesagt. Hier ist der Leichen auch. Ja, ja. Ah, ne, da geht... Boah, das ist ein bisschen... Also entweder ist es... Okay, komm, wir stehen hier und... Entweder ist es für Axel leer oder Rükel. Hm, ich könnte ja jetzt Selbstmord begehen. Ach, Tobi lebt auch noch. Guck mal an. Ja, komm, wir sind zu dritt. Dementsprechend. Ja, einer fehlt da noch. Wer fehlt denn da noch? Wer lebt denn da noch? Oh. Oha. Aha. Sieh mal an. Wer war das? Ich hab nicht geschossen. Das war Tobi. Das war Tobi. Zeig wo. Oh, was ist das für eine Granate? Nee, ist gar nicht. Du juck. Du juck. Du juck. Es wird jetzt eine Leiche weniger geworden. Ja. 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 Du, 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 du. Wo denn... Ach! Hm, 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 hm. Nein! Hat keine Waffe, das nicht. Ist gut. Oh nein, ich hab ihn verloren! Es ist Tobi! Ja, das weiß ich schon. Das höre ich an seiner Stimme. Achso. die klingt dann immer so schuldig ja klar habe ich wenigstens gerade jemand erwischt womit Luca ich bin ja ich hab nur noch eine Pistole wie das ist gut, das ist nicht gut na ich könnte mich dann zumindest wehren mit meiner Schrotze hab dich jawoll Tobi der kleine Spritzer ich dachte man baut anstatt einen extra Leichendienst hätte ich mal eine Runde die funktioniert hat ich war mir zu lange unsicher ich war mir sicher es musste Luca oder Tobi sein und dann war es zu spät scheiße aber Psyco ich hab nen Bumerang auf dich geschmissen da musste ich irgendwie ganz knapp verfehlt haben ich dachte dann wäre schon vorbei gewesen aber das ist ja nichts gesehen aber Psyco hast du dann was mit der Zuzubahn erledigt ja ja du hast mich überführt oh also doch dann hab ich doch jemand erwischt keine Ahnung